Der 13 Menschen, es kann nur ein Wahnsieger sein, der 13 Menschen ohne jeden erkennbaren Grund umbringt. Für einen Mord wird es niemals eine Rechtfertigung geben, und es recht nicht für ein Verbrechen den Unschuldigen zu Wort verfallen. Es kann nur ein Wahnsieger sein, der 13 Menschen ohne jeden erkennbaren Grund umbringt. Für einen Mord wird es niemals eine Rechtfertigung geben, und es recht nicht für ein Verbrechen den Unschuldigen zu Wort verfallen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es kann nur ein Wahnsieger sein, der 13 Menschen ohne jeden erkennbaren Grund umbringt. Für einen Mord wird es niemals eine Rechtfertigung geben, und es recht nicht für ein Verbrechen den Unschuldigen zu Wort verfallen. Für einen Mord wird es nicht für ein Verbrechen den Unschuldigen zu Wort verfallen. Für einen Mord wird es nicht für ein Verbrechen den Unschuldigen zu Wort verfallen. Es kann nur ein Verbrechen den Unschuldigen zu Wort verfallen. Für einen Mord wird es nicht für ein Verbrechen in der Unschuldigen zu Worten verfallen. Das war's für heute. Ja! Schau mir auf mein Weg! Auf die Schrauben! Schrauben, schau mir auf mein Weg! Schau mir auf mein Weg! Auf die Schrauben! Auf die ohne! Schau mir auf mein Weg! Schau mir auf mein Weg! Die schrauben hoch, den français mervem! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Cool. Cool. Bring her to me. That was pure workout. Cool. Bring her to me. Cool. Dude, you stink. You stink. He ate to me. Change my damage. Cool. Cool. ... ... ... ... ... Und jetzt, zurück zu Deer Hunter. 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 Und jetzt, zurück. Und jetzt, zurück zu Deer Hunter. 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 Deer Hunter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin hier! Ich bin hier! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020